Trotz, dass Sie sehr entspannten Energien innerhalb des Tages begleiten werden, werden Sie sich über einige Themen den Kopf zerbrechen. Denken Sie nicht unnötig über diese nach. Seien Sie entspannter. Es ist Tag des Saturns. Der im Zeichen Schütze fortschreitende Mond gibt Ihnen die Chance, einen lebhaften Tag mit idealistischen Energien zu verbringen. Sie werden mit Aufregung und Neugier neue Dinge erlernen wollen und offen für interessante Erfahrungen sein. Es ist ein geeigneter Tag für das Verreisen, Ausflüge, kulturelle Aktivitäten, Sport und die Bildung. Der Mond wird um 21.26 Uhr ein Dreieck mit dem Jupiter im Zeichen Löwe bilden und sich anschließend im Leerraum befinden. Entspannte, fröhliche und positive Energien könnten bis zu den Abendstunden andauern. Sie werden viel Spaß bei sozialen Belangen und amüsanten Aktivitäten haben.